ich bin Träger mein Leben Kornel die Gute im Norden Morgens und Pilz Dach Dach zu mir schon die ganze Zeit Morgz der Wasserseite geknallt ich habe auch nicht mehr Ja, ganz eindeutig. Was mach ich denn? Okay, ich schieße nicht. Ich mag Züge. Ich will Warlock killen. Fakt nicht. Du könntest weiter machen. Ich möchte random killen, ganz ehrlich. Hört auf. Wer ist da? Rauni. Niemand. Da ist. Warum sind ihr so viele? Und seid ihr jetzt alle hier oben? Ja, ich glaub fast alle sind hier oben. Hör auf. Du nervst. Du nervst. Wollo. Ich hab gesagt du nervst. Wollo, warum hast du zu schießen, Alter? Du nervst. Ey, au. Fällt der mit runter? Komm her, du nervst. Seid ihr jetzt fertig mal da drin? Ah! Wollo, spreng. Was ist gerade passiert? Wollo hat zu tief gegangen. Warte, ich kenne mal auch wunderbar. Wo ist er denn? Hallo Tom, hallo, 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 Wollo, da bist du ja. Ich komm hier runter, safe. Ganz gut. Er war... Innozehnt. Warte. Er hat René umgebracht. Er hat genervt. Sag mir doch gleich, was René wäre, dann muss ich ihn defizieren. Jetzt wollte ich wieder auf den Leuchtturm hoch. Nein. Wo liegt René? Er hat ihn auf den Leuchtturm umgebracht. Achso, dann wird da oben liegen die Leiche, dann entzieht du dir, wenn du auch oben gehst. Ich geh gerade zum Leuchtturm. Ja, mach das. Warum so still? Hm. Ich glaube, ich fahr gerade mit dem Fahrstuhl hoch. Lebt Downy noch? Keine Ahnung. Okay, ist es. Ping, ping. Okay, Tom. Ohne Mist. Uff. Okay. Ich sage die Waffe, Skellis. Ja, ich wurde halt... Micky, ich wurde mal wieder gerandomkilled, ne? Von René natürlich. Von wem denn auch sonst? Ich möchte halt anmerken, dass ihr beiden sehr ähnliche Waffen hattet. Hä? Ich habe gedacht, du wärst jetzt Wollo. Waffe, dass du ähnlich hättest, das wär's gut. Sehr ähnlich. Weil zwar... Ne, ich sage dazu einfach am besten nichts mehr. Ganz ehrlich. Weißt du, ist ja nicht so, dass wir alle schon die ganze Zeit da oben rumstanden. Aber was soll's. Und so ne... Und so ne Shotgun. Und so ne Shotgun, ne? Hat er eine P90, ne? Ich weiß nicht, was Downy hatte. Hey, ich hatte ne Shotgun und er eine P90. Da ist schon ein Unterschied, ne? Wir hatten beide ne Waffen. Nein, ich hatte ne Shotgun in der Hand. Ja, achso, ich hab gedacht, du meinst René. Ja gut, egal. Alter, René. Du Lop, Alter. Rene, ich hab's... Lass ihn hinrichten. Ich hab was Besseres. Ganz ehrlich, ja. Der hätte die Hinrichtung wirklich verdient. Die Run and Gun Nummer 2. Die Run and Gun Nummer 2. Die Bims, der Miggy. Downy ist mein Trader-Kollegen. Ja, Miggy ist auch meiner. Was wär's da hochgegangen? Markieren als Respekt, ne? Ja. Mikkel, Kill. Dede, Kill. Okay. Ah, hallo. Mikkel, René, Respekt. Lass, lass mich bitte durch. Äh, Downy, Respekt. Ich dreh mich nur die ganze Zeit im Kreis. Hallo, Downy. Mikkel, she's of me. Das ist der Rune. Downy, Downy. Mikkel, das ist... Wow, das war knapp. Ja, Mikkel ist ja auch Trader. Ja. Ja. Genau. Dony auch? Ja. Ja, ja. Gutes Wissen. Verpiss dich. Wer war das? Scheißegal, was du jetzt warst, du wirst jetzt getötet. Mann, ich kann den Scouper nicht benutzen. Ich hab nicht... Okay, Warno. Du hast ihn getötet. Hä, hat nicht irgendwer gesagt René, es ist... Ich kann den Scouper nicht benutzen. Ich seh nichts. Okay, ich bin auch tot. Dann stemme ich lieber durch den Fahrstuhl. Hab gesagt, dann stemme ich lieber durch den... Nein. Wer hat gesagt, dass René es ist? Hat das nicht irgendwer gesagt? Ja. Nein. Ich glaube ich. Ja, der war gehörtet und dann dachte ich mir, ja, ist mir jetzt egal. Mann. Ich hätte Mikkel sogar noch fast gekillt, aber ich kann den Scouper nicht benutzen. Ich sag ihn lieber für Skittles. Stimmt, Käse ist ja jetzt auch auf... Käse, wieso heißt du Frohe Weihnachten? Warum hast du meinen Littl-Poody-Avatar? Ja. Zu viele Fragen. Ich gebe nicht Leben. Zu viele Fragen und keine Antworten. Das ist der Count von einem Freund zu meiner Schwester, der hat mir den geschenkt und ah, sie ist ja eben noch... Ach ja, stimmt, das hast du, glaube ich, sogar geschrieben. Sehen. Beziehungsweise, dass das... Warum hat der dir den geschenkt? Einfach so. Damit er... Damit er ihn als Freund seiner kleinen Schwester akzeptiert. Bitte akzeptiere mich, Senpai. Der Typ war einfach so, ist 8 Jahre alt, der hat ja auf seinen Steam-Account. Ja. Mit dem Spohr und allem, ne? Ach ja. Mein Trailer-Kollege ist... Mein Trailer-Kollege ist... Ne, ich... Ich sage, Mann. Wen nehmen wir denn jetzt? Hab ich nicht? Rene hat gerade geschossen. So, hat er. Alter, Rene, du Random-Killer. Was soll das? Was ist die gerade geschossen? Ja, Rene ist halt gerade nur am Random-Killen. Das ist... Ich falsch luchte. Ist er... Ist seine... Anscheinend heute ist das sein Tag. Rene hat hauptsache ein Wicher bestimmt nicht Rene. Rene kann nicht vertrauen. Also ich, Tom oder Dragon of Dom. Naja, ich bin... Dede. Paginkaba. Dragon of Dom. Dragon of Dom. Ich mag Dragon of Dom. Guck mal, ist er vielleicht nicht. Der hat eine gute Aura. Ja, Kyoko Magius oder Kyokomon ist auch. Oder Kosmon oder wie auch immer dein scheiß neuer Kanal heißt das auch. Kyokomon. Das Rene, willst du schießen? Rene, ich schieße. Rene, ich schieße. Rene, Muggel. Muggel. Loi, Muggel ist ein Pild. Der muss kaputt gemacht werden. Rene, ich komm. Ja, wirklich. Ich musste ihn einfach... Okay, gut. Ich musste ihn einfach kaputt machen. Es ging nicht anders. Ja, ich war kurz davor. Ah. Jeder normalen... Jeder innocent kann eigentlich Rene vertrauen. Am Ende ist Rene traiter. Ich hab hier einen Stein. Das glaub ich nicht. Wieso hat Frohe Weihnachten jetzt geläftet? Äh, mein Game ist gefrügt. Ja, läuft bei dir. Nein. Okay, ich leb noch. Okay, vier. Okay. Weihnachtsmann. Sag mir, wieso bist du so schlau? Wohl von jedem Kind. Weihnachtsmann. Das war die beste Weihnachtsserie, die jemals existierte. Ich hab sie gehasst, weil ich alle Folgen schon kannte. Ja, irgendwann kamen nur noch Wiederholungen. Das war irgendwie kacke. Ja, das war halt... Das war halt zu spüren. Wie viele Folgen hat das Ding hier? Ich glaube, es hat 24. Bestimmt. Kant? Immanuel Kant? Nein, Rene Kant. Nein, Rene Kant. Au! Au, aber irgendwer hat hier oben was explodieren lassen. Ja, dann ist es Rene, dann ist Rene oder du halt. Was? Also ja, ich hab eine Inzie geworfen, aber halt niemand auf jemanden Partikel. Einfach nur so random. Ah! Alter, erschreckt mich nicht so. Ich... Ich hör auf zu schießen. Downy schießt auf mich. Eigentlich hab ich... Du hast mich halt... Ja, egal. Vor allem, ich bin halt Indoor, weil ich hab Wolle auf. Au! Ach ja, stimmt. Also, dann muss es ja eigentlich Ding sein. Hallo, Tom. Muss ja eigentlich Downy sein. Das ist eine Lüge. Ja, okay. Nickel. Ähm, Ding, Downy ist es. Komm jetzt nach oben. Oder von mir ist... Ah! Ich lag bei mir. Ui, ui, ui. Thorben, bring ihn um. Genau, Thorben, bring mich bitte um. Löse mich von meinem Leid. Oh, Leute. Oh, Michael. Ähm. Hä? Ähm. Fuck! Halt! Das... Wer... Was... Ich hätte einfach weiter runtergehen sollen. Bollo! Ihr geht gerade runter. Ein Karma! Wir sind nicht auf... Fuck, ich habe eine Dragon Eagle. Hey, das ist doch ein Random-Dragon-Trotter. Die Dragon Eagle ist tatsächlich ganz geil, muss ich sagen. Nein! War früher, glaube ich, viel schwächer. Ja, so gefühlt schon. Ich glaube, früher hat jemand so 20 Schaden gemacht. Jetzt hat er gleich verbrannt. Nein, macht ihr so viel Schaden wie ein Eagle. Nein, macht... Oh, hat sie das? Also, ich glaube nicht, dass ich mit denen so viel Schaden gemacht habe, wie mit einer Diga, als ich ihn angebrannt habe. Da wäre er doch schon tot mit dem Feuerschaden zusammen, oder нет? Ich brenne. Ich brenne. Das war eine ziemlich schlechte Trade-Arbeit von die Rolle. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ich dachte, du kannst wenigstens eins zerreißen. Ich frage mich, welche Map wohl jetzt kommt. Ich glaube, das wird jetzt meine Letzte. Immigranten sind scheiße. Ich finde auch Mikkel scheiße, weil der Österreicher ist. Außerdem war der Holokaros gar nicht mal so schlimm, also was wollt ihr? Jetzt habe ich auch eine Dieke. Ich bin runtergefallen, geil. Ich nicht. Mikkel ist mein Trader-Partner. Kommt wieder. Irgendwann sind es halt wirklich beide, wenn sie es jede Runde sagen. Ja, aber es kann halt auch jede Runde eine Lüge sein. Und irgendwann sagt es wirklich und jeder ärgert sich dann, dass wir euch nicht gekillt haben. Ja, also ist ja logisch, ne? Also werden wir verlieren. Wieso ist die M14-Schuti leer? Ich bin Mr. Volovo. Ich habe eine Kroan-Sieg. Ich habe 8 Kroan-Sieg. Ich habe 8 Kroan-Sieg. Was? Ich warte, dass der Fahrstuhl runterkommt. Ich bin Mr. Volovo. Tschüss, Vogel. Welcher Wichser? Er hat Maximum geworfen. Ich wollte schon sagen. Ich habe eine Idee, warte. Wir gehen jetzt dahin. Imog Sterbium Z. Warte, Tom. Hast du das? Nur Aufzug warten. Ich glaube, da wartest du sehr lange auf den Aufzug. Tatsächlich glaube ich das auch. Ja, du kannst hochgehen und schauen, warum. Aber... Hey, er geht doch wieder runter. Er geht doch wieder runter. Er war ein Diskombolator. Diskombobobobobobu. Er geht erst nach unten. Was wollt ihr? Hey, Mikkel ist es. Das war ein Reflex. Das war ein Reflex. Warum? Warum macht das Feuer eigentlich so wenig Schaden? Das war... Das ist halt... Ich hab doch 19, helft du. Ja, aber ich hab dich viermal mit dem Ding abgeknallt. Und trotzdem bist du noch so viel am liebsten. Du bist gestorben, bitte. Ich glaub, der Fahrstuhl hat dich getötet. Nein, ich will nicht allein sein. Hä, Daudi, davor hab ich auch immer geblockt und nichts ist passiert. Ja, keine Ahnung. Ich hab dich nicht getötet. Ich weiß nur, dass ich René hab brennen lassen und dann hat er überlebt. Das ist mich angekotzt. Ich dachte nämlich, das reicht vorm Schießen her, dass der dann endgültig verbrennen würde. Aber... Hade halt nicht. Wahrscheinlich hat er sich zu schnell auf den Boden geschmissen, dadurch, dass er so fettes Felder halt auch relativ schnell und hat dann gerollt. Oh, was für ne Scheiß. Nein, ich hab dann meinen. Ah, will die Kack, nein. Uh. Lol. War schon sehr schlecht. Komm, ich hab sie in Ordnung. Ja, es war wirklich schlecht. Nicht schlecht, ich hab die Drang. In der letzten Runde hab ich sie gelobt und jetzt, jetzt bin ich wieder ein bisschen enttäuscht von ihr. Oh, Mann, ey. Ja, ich und Micke sind. Schon wieder. Och, nee, der Fahrstuhl ist ja schon oben. Scheiße, der Fahrstuhl. Nicht schießen. Warte, 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 warte. Nein, warte, warte. Okay, da halt so. Ähm, ich würd gerne eine Waffe haben. Wollte das fast kaputt machen. Darf ich die Shotguner drin haben? Wer ist da drin eigentlich? Was ist er denn hier an Tom? Nee, kannst du kurz raus, ich bin der Shotgun. Ich bin Trainer, Blizzle Keaton. Weil es ne Disco, deshalb werde ich da nicht hingehen. Ich will random killen. Lass mich. Tö. Wieso erwischt mich die eigentlich draußen, wenn's hier zu ist? Ja, das war Reni, das war Reni. Lass mich aus! Was habt ihr gemacht? Kannst du ja gerne durchgehen? Ich hab ja auch mit dem Game. Du bist mit dem Shotguner, aber nimm dir auch eine, bitte. Warum? Habt ihr ihn grad getötet? Ich wollte mich bangen. Okay, Tom. Ich hab dir nix getan, Tom. Der arme Warlo. Also ich und Donnie war's wieder nicht. Schade. Nein, I don't. Donnie, ohne Spaß. Geh mal. Warte, lass mal. Warte, ich geh hoch. Wieso ducke ich mich jetzt? Ja, denn die Ge... Die Diegel-Gügel von dir war so schon halb in meinem Kopf drin. War sie? Äh, man schießt auf mich, warum? Das ist aber nicht ich, ich geh gerade die Treppe rum. Ach, nein, ich hab' geschossen. Das war vielleicht Tom, das war vielleicht auch Mikkel. Ja, ich hab' einen großen Grund, auf dich zu schießen, nachdem ich Trailer getötet habe. Ich find's aber ein bisschen doof von Tom, dass er Wolo einfach getötet hat. Ich mein, der wollte nur ein bisschen Liebe mit dem machen. Ja, aber ich hab' eine Degel in Kopfsteine. Ja, Mai. Ich hab' kröpende Depressionen. Liebe kann hart sein. Liebe ist vielschichtig, Tom. Ich hab' ne Teek... Ich hab' ne Keck... Nein... Keck... Nein, Keck... Nein, Master. Äh... Wer hat mich geschossen? Ja, Tom schießt auf Wände. Tatsächlich schieß ich auch. Nein, ey, ey, René hat das mit einer Fall... ...Draggegel auf mich geschossen, selbstverzut. Was? Oh, René, Mann. Ja, ich hätte mit meiner Leiche einen Dings da, einen Defibrillator, ne? Tom, hi. Ich hab's dir noch per TS-Chat geschrieben, René, ja? Ja, lol, ich hab' den TS nicht offen. Lol, doch, doch. Willst du mal aufmachen, ne? Nö. Hab' ich, dann kann ich Tito nicht gucken. So, wir können die jetzt auch aufhängen, ne? Ja. Ja. Warte eigentlich. Wo ist die Leiche hin? Weißt du, Hauptsache, das kriegt René Geschissen, aber das ist was... Ja. Ja, da weiß ich auch, wie man das einstellt, aber ich hab' keine Ahnung, was hier... Warum... warum es so... warum es nicht funktioniert? Mhm. Hm. Cause this is a supersonic power to you. Don't stop me now. Du willst ja die Vinoskop, oder, Tom? Nein. Ich meine... Guck mal, was ist das für eine Blutspur eigentlich? Kann man versuchen, die Adon draufzunehmen, ob's dann weg ist, nachher... Keine Ahnung. Hab' die grad am Kopf getroffen. This is a supersonic power to you. Da 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 da... Mikkel ist mein Trader-Partner. Daunie ist mein... Daunie ist mein... Daunie ist mein Trader-Partner. Partner. Alter, halt deine Schnauze. Am Ende ist das... Da hätte gerade Tom killen können. Oh, welchen... Oh, man. Das war Tom, glaub' ich. Na, das war ich. Ich bin doch unten bei Volo. Ja? Soll mal, dass Daunie Dörfer geht. Unten? Ich werf' jetzt nen Smoke-Renade, pass auf. Ich werf' jetzt nen Discombinator, mein Freund. So. Scheiße. Hier ist auch noch ne Disco. Disco Poco. Alter. Da sind wir drunter gefallen. Ich lebe doch. Ich bin hier. Hi. Ähm. Ähm. Wolo. Nein. Was? Was Wolo? Kannst du mir mal erklären, warum da ne Leiche liegt? Ähm. Ich hab' nen Schuss von dir gehört. Ah! Ich hab' ne Leiche in unserem Haus. Also, ich hab' ja ne starke Vermutung, dass Wolo und der andere auf dem Leuchttürmer sind. Ja, Wolo und Daunie sind oben. Ah, okay. Ähm. Warte, so. Tom springt. Der Wolo springt, Entschuldigung. Das heißt so, es hat nicht geklappt. Wolo ist tot. SMH. Also. Ja, Daunie ist jetzt Daunie im AK. Wow, wie schlecht. Warum springst du denn noch, Wolo? Warum? Wenn Daunie literarisch jeden Schuss miss. Ja, das war grad so schlimm. Ja, das war grad so schlimm. In Gedanken war ich auch dabei. Ach, Tom. Ey, Wolo, warum bist du jetzt geschwungen? Was? Ich hätte doch deine mentale Unterstützung. Also, ich weiß, wie man spielt. Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass Scrape jetzt doch von der AK ist ein bisschen schlimmer geworden. Die zieht viel mehr nach oben. Ja, das hab' ich auch grad gemerkt. Ja? Hä? Ja, die Waffen sind doch fast wie CSGO, lol. Ja, aber die zieht hier noch mehr nach oben als vorher. Die hat ja schon davor. Ja. Ja, jetzt werd' ich mir die AK auch nicht mehr holen. Die ist nicht so krass nach oben gezogen. Also, gefühlt war die grad hier viel totaler. Ich dachte auch eigentlich, Tom wäre noch oben. Weil er gesagt hat, ja, Wolo, das war doch ein Schuss von dir, oder nicht? Ja, ich hab... Dann stand ich ein bisschen unter Druck, weil... Weil ich war halt oben... Ich war halt oben, Wolo war halt auch oben, ne? Und da war ne Leiche. Ich hab' gesehen, dass keiner von euch die Leiche identifiziert hat. Und ich dachte mir so, okay, ich identifizier' sie jetzt nicht. Weil, sonst krieg' ich nen Headshot von Wolo's rifle. Wickel ist mein Trailer-Partner. Ich bin es mit René, ich meine Wolo. Ich meine... Mit Menschen. René? Beste oben oben ist Muggle. Da oben ist Muggle, da ist Downy, ich Downy sind's. Ja. Deshalb erschießen wir uns auch grad nicht. Weil wir Trailer-Partner sind. Ja. Eben. Schaff' ich diesen Sprung? Nää! Och, ich bin Gott. Alter, Downy ist Trailer? Versteck mich. Da ich ja. Hehehe. Herr Volo. Die harten Schüsse gehört. Hey Mockel, nein keiner. Ich hab einfach nur um die Wand gefrocken. Hilfe. Ich brauche. Schau dir ein Amo. Glauben ist das Tom oder ist das Volo? Das ist Volo. Machst du da. Das ist Tom. Das ist René. Okay. Ne, das muss nicht gelten. Stopp. Nein, warte, 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 warte. Ohne Spaß. Nichts machen. Komm nicht. Ah. LOL. Was? Tom. Hä? Ich bin hier, lol. Hey, was? Hey, was ist? Ich hab hier das Fass mitgenommen. Was ist so ein Fass? Hä, nein. Warte, toll. Hey. Hey. Das verraten wir, das ist von Downey oder von Tom? Also das ist einer von den Schildern. Ja, ich war hier mit der Schilder. Ja, ich hab auch mal irgendwas, was man mal mehr hatte gehabt hätte. Hör auf, Volo. Ich weiß es nicht. Das war nicht meine Intention. Wie ist das Feuer, Volo? Nicht, was? René. Du darfst das Ding schießen. Mach dir da. René will Wolo. In Kanister schießen. Ah, du vergesst. Ja, er war von mir. Oh, seid ihr alle da. Nein, Tom. Tom. Ich wusste es doch. Nein, Tom. Ich wusste es doch. Übrigens, schaut mal, wie meine Leiche da liegt. Das sieht einfach so aus wie so eine behinderte Faust mit dem Blutblick. Wo, 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 wo? Ich muss das Rad fallen. Da auf jeden Fall. Ja, das Rad gibt es da hinten und da. Das sieht so geil aus. Haben wir eigentlich, was mir aufgefallen ist, der Bluebird ist weg oder nicht? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube nämlich schon. Irgendwie ist alles kaputt. Ja, alles ist irgendwie kaputt und ein paar Sachen sind auch einfach weg. Alles magst du dich heute? Ja. Wir schieben jetzt alles auf Maximum. Aber der Advanced Disguiser ist drin, das freut mich ein bisschen. Ich mag den. Aber nicht diesen Mini-Ding-Macher, oder? Ja, der Mindfire ist gar nicht drin. Ja, und ob die nicht die Schuriken? Die Schuriken auch nicht. Hm, 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 hm. Ah, Mikkel ist mit dem, Mikkel. Ja, aber trotzdem ist Mikkel mit dem Trader. Ja, das stimmt. Echt? Ich sag René und Wollo. Und Wollo sagst du? Komm, du liegst sowas zum Teil richtig. Mit dem Prede Teil. Ja, mit Mikkel. Also Mikkel ist mein Trader Partner, sagen wir es mal so. Ich würde sie halt wirklich zutrauen, dass... Wer hat da gerade geschossen? Ich... Ich hab' nicht auf sich geschossen. Ich hab' nicht auf sich geschossen. Vor Weihnachten. Immer noch Wollo und Mikkel. Könntest du jetzt das Supersonic Power to you? Ja, aber... Dauni hat dann gesagt, ja, das stimmt. 1, 2, 3, 4... Und dann hat Dauni gesagt, von mir stimmt das anders. Der Teil ist Mikkel. Okay, dann schieß es Dauni. Okay, soll ich Dauni erschießen, Leute? Ähm. Da liegt ne Laiche. Achso. Alter, geh weg. Okay. Ich will nicht zusammengedrückt werden. Wollen wir warten? Ja, ich troste doch Traitor, Tom. Mikkel ist es. Mikkel ist es. Mikkel ist es. Mikkel ist es. Da ist René. Wieso schießt'n du gleich? Weil du sagst, du bist Traitor? Alter. Ist ja nicht so, dass ich das bis jetzt jede Runde gesagt hab. Ja, ich weiß. Ist mir schon klar. Ja, ist ja gut. Dann bist du wenigstens noch nicht ganz... kernenkompetent. Ich hab' einen Grund gehabt, ne? Was macht denn ihr da hinten? Ja. Für mich Tom hier. Für uns sind Tom und Mikkel. Ich hab Wollen abschluss, weil er nicht Damage gemacht hat. Ich hab Wollen abschluss, weil er nicht Damage gemacht hat. Ich hab' die Leben halt beider noch. Er hat mir einen KP gemacht und ich hab' ihn jetzt umgebracht dafür. War ausgleichend. Das stimmt nicht mal, die leben beide noch. Ne, Wollen nicht. Also, Wollen. Ja, Wollen auch nicht. Ne, Wollen. Ja, Wollen. Apropos für Reiner. Der Niemals Gedanke. Ne? Ich hab' einfach... Gezweifel, dass Tom nicht weiter ist, Thomas. Aber... Pass auf, Tom. Können die Geräusche nicht aufhören? Das ist mir nicht... Junge, wir... Ach, du scheiße, weg damit. Ich glaub, das war Downy. Downy oder Reny? Aber es ist eher Downy. Au, ich lauf durch mein Feuer. Ich bin cool. Au, nochmal. Wo sind die? Thomas, du ne Radar für mich? 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 Ne. Warte. Ach Gott, ich hab' die Steps gehört, ich hab' die Steps gehört, Wolloh. Man kann Steps hören, in V-Mod. Ach, echt! Thomas, du ne Leiche! Thomas, du ne Leiche. Ja, ich weiß, es ist, äh, René. Weil Downy hat... Ah, fuck! Er ist immer noch oben. Jetzt KP' ich's. Ja. Bring ihn um, mal, Tom, bitte. ich will irgendwie was taktisch cleveres machen aber irgendwie ich bin tot ich bin tot Tom ist trader nein 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 warum habe ich noch 11 HP was ist das für ein Scheißspiel ich mich jetzt da hängen ich habe noch relativ lange zeit um genau zu sein also ja ich habe ein body armor